hier mache ich diesmal ein ganz kleines kurzes video über ein handtuch was ich mir gekauft habe das ist nämlich für mich als nerd ist es natürlich was für andere leute die würden sagen oh mein gott wie kindisch was für ein scheiß das ist von lego nexo knights ist das ein handtuch mit diesem design hier es hat einfach mal was gar nicht gekostet deswegen habe ich mir einfach mitgenommen ich habe auch eine menge turtles handtücher die habe ich auch glaube ich in meinen videos drin und da wollte ich euch einfach nur mal das teil zeigen weil es hat wirklich nur ein paar euro gekostet und es ist von der qualität her finde ich es einfach mal richtig cool von der qualität her ist es gut das motiv ist natürlich für jeden ein wenig gewöhnungsbedürftig aber für eure kids vielleicht oder so wäre das mal was so jetzt zeige ich euch das mal so nexo nice was es alles für spielzeug heutzutage gibt ich bin total fasziniert ich wäre gerne noch mal ein kind um ehrlich zu sein ja als eltern ist es natürlich nicht so einfach weil der ganze shit kostet wirklich eine menge kohle power up ja wie gesagt jetzt habt ihr das mal schnell gesehen war auch nur ein schnelles video ist halt ein lizenzprodukt blablabla das können wir auch abreißen weil stört nur beim abtrocknen so wo war ich genau ich werde euch das verlinken wenn ich finde wo ich es gekauft habe werde natürlich könnt ihr könnt mir natürlich auch ein kommentar da lassen oder meinen kanal abonnieren oder was auch immer ich wünsche euch noch einen schönen nördigen tag bis denn dann tschaui